ja die freude was wollte ich jetzt eigentlich genau ich wollte hier die erste 16k herstellen ich brauche redstone imprinted improve processor und irgendein silikon ding das das und das das dauert wieder eine weile irgendwo rennt ein huhn rum das licht die ganze zeit eier ich sammle jedes mal ein ich glaube das kommt eher von magneten ja aber das ist hier oben auf meinen feldern arschloch so holst du es weg ich hab noch so viele andere hühnchen apropos hammer hammer das ist richtig der hammer oh gott nein warum soll nur ich leiden guck mal das ist horst das ist günther das ist alfred das ist bernd wo ist joachim hin da joachim rennt hier rum das ist gisela die stirbt jetzt das wird eine schwulen insel waaas oh gott ich bin bald bald kommt die rache bald nein glaube ich nicht doch was wegen der fucking endermann schon wieder von mir habe ich schon mal kneten im inventar hhhhhh 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 also ich produziere jetzt so unendlich Strom ich hab so viel haut doch mal ab zu kacken so viel hier lori rum das glaubste gar nicht hhhhhh 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 jaaah d ich hab die erste 16k story short part ich brauch jetzt 3 davon für ne 64k hhhhhh hhhhhh dat mach ich ich muss dires Comment das sto download hhh 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 endermann wenn du weiter mein leben so hart nimmst ich schwöre dir arschloch sag mal jetzt möchte hinten teleportiert sich das arschloch weg natürlich das ist wie ein melvin haut in und rennt feige weg das nennt man taktik also machst du das bei deinem fader so große schnauze und wegrennen taktik sag dir es doch ach du kotzt mich an jetzt stirbt endlich geht doch an mann mann nicht ohne ender perle bekommen was fällt ihm ein es ist los ja was ist los mit dir ich will mal in auf melden tun warte mal dann müsste ich ja mit sarah und so nein danke die hat dich ja schon verdorben ich muss ich auch noch verdorben was hat verdorben nein mein sand ist hier dein sand ist runtergefallen soll ich dir welchen vorbeibringen warte ich habe ich habe genügend nein ich habe genügend nein nee warte das war das falsch das war das das kriegst du nicht ich mach grad das ja warte ich bring dir sand nein doch wir können sandsturm nein ist kein sandsturm es sind sandblöcke kompressed ey bleib bleib da bleib dort drüben ich gehe nicht wieder darüber denn da drüben regnet es ne ey hier auch nicht da bitteschön hi günther bist schon kompressed also ne das ist äh mehr als ein inventar voll warum hast du so viel sand ich stell das doch unten automatisch her ja oh minecraft musik hast du den soundmuffler abgebaut oder steht der noch der steht noch okay alles komisch ist ich höre auch die hühner ja die kannst du glaube mit dem soundmuffler so einstellen dass die die schnauze halten ich glaube ob mobs und so also in der mobfarm klappt das auf jeden fall und ich glaube auch maschinen kannst du auf jeden fall damit ausstellen so das kommt erst mal wieder hier rein das ist jetzt die weiß ich nicht wieviel folge wo ich das hier äh mich ums me kümmer das ist eine schlimme aber wieder gelb und ich könnte eigentlich mal anfangen hier so ein craft genau crafter bauen der meine herzen zusammen craftert muss ich dich das immer machen soo soo mechanical crafter oder analog crafter was nehme ich oder ein crafty crate was ne ich ne ich ne von enderio ne warte mal bei enderio muss ich das rezeptclub reinlegen in den crafter spruce fancy crafting table nein ganz ehrlich ich stelle mir jetzt so drei verschiedene crafter her hebel crafting table kiste hebel höbel 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 nein das war schiesel und pitmist höbel höbel wie viele hebel denn noch hebel vor allem hier gibt es auch das crafting table on a stick 30 hebel später hebel ja 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 da haben wir einmal das hier brauche ich hab oh mein gott atomic reconstructor wo stelle ich denn wo stelle ich denn wo stelle ich denn wo hier da wo du strom hast würde ich sagen der braucht strom wo habe ich strom das hast du jetzt nicht ernsthaft gefragt wo habe ich strom ah warte ist nicht dein ernst hast du das gesagt gesagt warte 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 melanie ganz ehrlich warte das haben wir bei dir ist hopfen und malz verloren brauche ich nicht diese item conduits nein ganz normal an dein stromnetz anschließen dass du da irgendwo hast und man mag es kaum glauben ich habe cobblestone mann alle cobblestone generator hier unten sind dann muss ich dann da oben platzieren ne du hast doch bei deinen solar pendels äh auch energieleitungen ja ja und da einfach daneben hinsetzen das verbindet sich automatisch so hier haben wir den crafter ach nö den von ender.io baue ich jetzt ne da hab ich keine bock darum muss ich das andere maschinen herstellen so in welche richtung zeigt er ok das geht noch der autografter ist auch nicht schlecht hier ich versuch das mal mit dem ja ich hab gleich ein bzzzzm ding aber es dauert ich hab das bzzzzm ding schon ganz lange weißt du wie lange zu lang länger als du haha danke für diese hilfreiche information bitte bitte mach ich immer wieder gern oh man das ding braucht ziemlich lange zum aufladen ja deswegen ist es ja auch ein bzzzzm ding ach man so ähm moment hier das ist falsch und so na das erstmal da hin das hier deaktivieren wie geht braucht der strom nö autografter extra utilities braucht jetzt die grid oder strom hast du irgendwo roten grün und blauen farbstoff grün kriegst du durch kacktein du hast bestimmt schon ein paar kaktussamen ne woher denn aus dirzieben das habe ich ach ne ausland ausland ziehen ich glaub irgendwo ansonsten kommst du bei mir mal in die pflanzenecke guck da hab ich seeds drin da kannst du dir einen rausnehmen kannst du kacktein anpflanzen und oben auf der wiese kannst du mit bonemeer dir die pflanzen holen und dann blau kriegst du dadurch lapis kannst du dir gerne auch eben zwei blöcke nehmen ja ich hab genug lapis ich das ist halt jetzt hier alles verbunden das müsste also doch so ausreichne wenn ich das jetzt hier hinsetze wenn ich das da hinsetze jetzt hab ich den analog crafter hingesetzt warum weil du alt bist willst du stress ja whatsapp whatsapp mein Junge dann regnet's komisch hehehehe wie war das Sommer mit dem Fahrrad ja aber weißt du was hm wie krieg ich das hin dass der was zusammen craftet insert okay okay scheiße scheiße weg 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 sonst ist mein Inventar voll hä ja das ist halt voll das kann man erstmal hier löschen das braucht man nicht wir haben zu viel davon ich hab zu viel schwarze black quartz ach der analog crafter der müsste doch auch klappen wenn wenn ich das hier alles disable und jetzt hier eine leitung anbringe die leitung auf insert stelle wo ist deine pflanzen ecke kiste kiste pflanzenkiste ist eine von den goldenen ganz oben das erkennt man aber schon das ist jetzt ein problem crafting cpu ich brauch halt roten farbstoff ja kriegst du ja durch rote blumen dann kannst du bone meal auf wiese setzen also bei den tieren ja und mit deiner raw excavation taste kannst du gras instant halt komplett abbauen ok ich brauch halt irgendeinen automatischen crafter das ist jetzt shit dann hol ich mir noch cactus seeds ich hab nämlich keinen bock wieder die ganzen erze per hand zusammen zu craften das müsste doch mit dem mechanical crafter klappen das müsste doch mit dem mechanical crafter klappen ich hab schon wieder erze im inventar der haut das hier unten rein always on always on genau ich hab so viel ärzt ich teste das jetzt einfach aber ist mir so scheiß egal insert so blauer farb ich hoffe ich brauch den blauen ich muss das jedes mal neu ein ne komm dann leck mich am arsch dann kann ich das auch per hand machen was soll die kacke ja ich geh jetzt zurück in deinen barrel hm ok ich hab fast alles außer kaktus also kaktus kaktus da habe ich halt auch irgendwo dort rumliegen ne ich mach mir die selbst ok ok dann kann ich das hier erstmal rein machen dann ist das sinnlos für mich erstmal kaktus seeds bekommt man durch Sand oder? äh ich ja ich glaube durch Sand das kann man doch eigentlich nach ja guck nach genau kaktus ah ja durch Sand das und äh 3 4 das 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 Silikon dann mach das ich brauch Silikon und die nächsten 13 1k storage was fehlt mir jetzt? zeig her was fehlt? 2k Glas was? 2k? 2k ne gibt's ja nicht mir fehlt aber das Glas und die nächsten 21 1k dinger jetzt hab ich schon 35 so was fehlt mir jetzt? das zeigt mir an wieder Glas hahaha es liegt wirklich nur an dem Glas das ist geil oh hier hab ich ja noch einen ganzen Stack davon ey weil du du verlangst halt das Glas vor mir so und die nächsten 12 was fehlt mir jetzt? Silikon warte mal hier hab ich doch irgendwo eine Kiste da haben wir doch schon wieder 5 Stacks ey dir fehlt nichts nichts doch jetzt kann ich wieder nur 4 herstellen warum? was fehlt denn jetzt? ernsthaft jetzt fehlt mir das Quarz Dings Bums Zeugs hab ich das hier noch irgendwo in einer dieser Barrels das ist jetzt sowas von deprimierend jetzt muss jemand sterben nein ich will nicht sterben nur weil du deprimiert bist nö ich müsste oben noch was haben oh man äh Quarz Dings Bums Zeug da haben wir schon mal das da haben wir noch mal das Pulver davon was ich brennen kann ach melvin 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 lass mal den Kack sieven was für ein Kack willst du sieven? ah wie willst du eine Kacke sieven? wär interessant aber nein was erhoffst du dir daraus? das erfahren wir das erfahren wir in der nächsten Folge Bis bald bis bald bis bald Untertitelung des ZDF für funk, 2017